Sei kein Frosch. Sei ein Prinz. Prinzessinnen sind heute Heldinnen des Alltags. Die Welt ist es wert, ernst genommen zu werden. Genau wie du. Ich will dir etwas schenken. Ein Lächeln aus meinem Herzen. Ein Wort, das dich tröstet. Eine Nachricht, die dir hilft, zu verstehen. Dass es sich lohnt, zuversichtlich zu sein. Schenkst du mir ein Lächeln? Lass uns gemeinsam unser wertvolles Leben besser machen. Lass uns teilnehmen und teilhaben. Komm, seid herzlich willkommen in der Welt der guten Nachrichten. Good News for you.